ein frisches geheim meine freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen folge battlefield 4 mal wieder auf operation outbreak und mal wieder mit einem special guest es ist ja genau der mr willi warum ist auch so ein jeep holt da hinten steht noch einer ich hole uns mal ein nee 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 verpiss dich meiner ist dich wichser kannst du mit dem lkw fahrst du musst vorne sitzen los geht's mate immer dabei sie markieren wo hat der führerschein gemacht es ist klein ich glaube ich lauf lieber das ist sicher weil ich hole mir erst mal den fanden ich hole mir erst mal auf den bogen was bei mir klingelt gerade das telefon aber juckt mich nicht ja alles klar ich höre bei mir das telefon nicht mal wenn es klingelt wir haben gerade einsatzziel bravo neutralisieren da ist gerade ein jeep an mir vorbeigefahren ja der ist leider oben rum macht gerade taa kerris da sind die ausgestiegen nee die sind weiter gefahren die sind hier über die steine geflogen und sind dann nach c glaube ich ja nach c hab sogar gesehen ich bin hier john rambo alter ich schieße nur mit qualum bogen ach ich habe kein bowie messer dabei er vergrößt das bowie messer oder hinter mir war einer wir haben die kontrolle über einsatzziel charlie verloren oh ja alter gekillt oh nein der ist tot ich habe dabei den bogen fallen lassen ich bin perfekt getroffen da unten im haus ist noch einer war noch irgendwo einer das ist jetzt gleich rechts am haus einsatzziel alpha wurde erobert das ist voll geil das gift macht halt damage over time ne leider alter ich habe verzogen aber ich habe den vergiftet killhilfe da kommt einer hoch da schießt jemand einer auf mich leider mit einer 80 hoch ja gegen die masche nix ja halt eine secondary ja nicht g18 aber gegen eine m4 ne m16a4 hätte ich sowieso nix gemacht auch wenn ich mal eine pistol genommen hätte hätte nicht so viel mit dem schiff gemacht ich nehme jetzt medic mit weil benutzt gerade von uns keiner den medic schiff hier ist eine waffen mit einem recht großen magazin und trotzdem noch guten stats wir müssen action mit der g8 machen wuuu die haben alle so wenig schuss die waffen was ist denn das und die waffen die mehr schuss haben sind irgendwie kacke natürlich Ja wo meine M9 ist kein Wunder warum die kack ist, weil die einen Schalldämpfer drauf hat, aber egal. Schalldämpfer ist gut. Jetzt haben wir da Ghost Ring Tarnung. Ja die nehmen wir jetzt mal. Bist denn du als der Wehran? Habaroni, te et un zäh. Habaroni, te et un zäh. Oder irgendwie so. Eine Ahnung. Ich hab Sichtkontakt schon seitlich Schallschützen. Süd sich deiner aktuellen Position. Alter, das kann nicht sein ne. Ich seh den 4 Sekunden, der macht mich in einer Sekunde verloren. Alter. Ich sitz halt da unten drunter ne. Das wissen die bloß nicht. Hattest du mir hinterher zu springen welchen Shotgun ab? Weißt du, ich stand halt hier und die kamen beide, waren zu dumm und sind da runtergesprungen. Alter. Wir stehen wohl locken. Wir sind Guerillakämpfer verlieben. Man sieht uns nicht. Wir schlagen zu, blitzschnell und dann sind wir wieder weg. Keiner weiß was passiert ist. Attacke weiter, du zäh. Attacke weiter, du zäh. Hab geschossen. Ja, die sind schon wieder bei A. Und sonst wahrscheinlich auch überall. Oh, mit dem letzten Schuss hab ich den da rumgefüllt, ey. Du hast den da rumgeballert hart. Ja. Ja, das war ein Baum. Die wissen, dass wir hier sind. Ne, die wussten nicht, dass wir hier sind, aber die sind hier schnell wieder hergekommen. Ja, Mietpaket. Ja, Mietpaket. Ja, Mietpaket. Alter, der Junge hat ganz knapp bei mir vorbeigeschossen. Und wie schnell der rüber gezogen hat, ey. Links von dir, Freddy. Was? 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 Der ist links oben irgendwo in so einem Haus drin und da hat grad was grünes geläuchtet. Okay. Müsste ein grünes Laser-Visie gewesen sein. Aber angesehen. Was? Wer kommt denn zu dir rüber? Wer kommt denn zu dir rüber? Wir hören. Einsatz Ziel Bravo wurde neutralisiert. Wir haben die Kontrolle über Einsatz Ziel Charlie. Voll die Party aber. Ja, die nehmen das E-Gleich wieder ein. Aber egal. Kein Schneider. Oh gut, ein Schieb. Sehr gut, ein Schieb. Der ist nicht klar, zuhör. Oh shit. Da kämmt irgendwo einer bei C. Die kämmen auch bei B. Ich hab einen grad gerätzt, hab nur die Nate-Fliegen sehen und dann war ich tot. Aber der Typ hat überlebt. So, für fünf Sekunden. Toll. Richtiger Bastard. Wart bei C. Ja. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatz Ziel Charlie verloren. Schon mal unten drunter irgendwo. Ein Auto-Sniper. Belegen. Ne, ich sehe den. gegen Runde. Verweigung. Verweigung. Wir haben die Kontrolle über Einsatz Ziel Bravo. Oh, der wurde gehaert. Das ist ein Traum. Irgendwie wurde gehaert. Was ist das, Alter? Ah, too late. Von wo, Alter? Entschuldige, jetzt halt nur Boom, Boom, Boom. Oh, ja. Alle Seiten, da hat wieder einer sein Schieb gegen den Baum gesammelt. Woll doch was, oder nicht? Nee. Nee, Alter, gehört zu uns. Wo schießen die da dauernd? Ähm, weiter nach Arda, auf den Berg, in den Häusern. Auf dem Berg, da sind glaub ich vier Stück oder so. Da sind ganz viele auf dem Berg. Ja, ja, ich seh's. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Alpha verloren. Ja. 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 Ja, so ist das. Da macht man nix. Da macht man was. Und mal bei dem Typi. Morscht jetzt von hinten. Läuft nach A. Was soll ich jetzt mal machen? Ich nehm jetzt mal Rauch mit. XM25 mit Rauch. Rauch. XM3200 mit Rauch, ja? Ja. Nee, beim Versorger ist es... XM25. Ja. Da läuft schon einer. Katscha, bitch. Von hinten. Wir haben gerade Einsatzziel Charlie. Ja. Oh, ist nix. Ich hab einen feindlichen Scharfschutz in Südlicht deiner Position gesichtet. Ich hab einen feindlichen Scharfschutz in Südlicht deiner Position gesichtet. Ich hab jetzt schon jetzt einfach mal hier sitzen. Ich hab jetzt schon jetzt einfach mal hier sitzen. Video, vrageiske Soldata. Wo denn, Alter? Von überall. Vorne zwei. Da ist nur einer. Da machst du nix gegen dir, Alter. Mach's wirklich nix. Das war nur bei den anderen Gruppen. Hier wird schon wieder eingenommen. Oh, der Smoke ist jetzt glaub ich einer drinnen. Von hinten. Hä? Wo kommt denn der her? Wo ist... Wo war denn der? Genau der. Ich hab keine Ahnung wo der hergekommen ist. Erstmal aufräumen. Ja, das seh ich wie du aufräumst. Was habt ihr denn? Ja sicher. Wie der halt genau trifft der einen. Da läuft einer mit einem 4. 416. Wart, ich hab hinterm Baum gestanden. Da kann der nicht durchschießen. Scheint er. Der hat eh vorbeigeschossen. Dazu gucken, wie die fliegen um den Baum rum und fliegen dann hinten wieder auf normaler Flugbahn weiter. Ich will doch nur noch 30 Kills oder 20, damit ich Slug hab auf der Spass. Das ist alles was ich will. Okay, MAP. Okay. Ja, ganz hinten sitzt hier der Sniper. Der Finto Flush. Ei. Day. Vad der war. 2 Steg sind da drüben drin. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2. Ich werde auch gleich gekillt, hundert Sekunden. Alter, egal wo du hinhüpfst. Überall ist was los, ne? Ja genau, da kommt von jeder Ecke fliegt dir was entgegen. So. Oh, jetzt kommen sie schon von A, ne von Z wieder. Du weißt, dass da gerade einer an dir vorbeigelaufen ist, ne? Ja, kann sein. Da war ein anderer, der ist da gelaufen. Ist aber noch 8 HP. Mediziner. Ja. Mein Bowiemesser auch nicht. Wir haben Einsatzziel Charlie erobert. War das? War das? Keine Ahnung, ich smoke da ein bisschen mal. Die rostlocken. Wer war der? Oh, da geht's nicht durch, da müssen wir hier durch. Da geht's schlau. Der Mörser hat doch einer. Ja, warte, ich schieß dem in den Kopf und der fällt nicht um. Sika. Sika. Sika imonoi. Sika mono war das. Sika pleat nachhol. Na jetzt muss ich mal gucken. Oh, offene Visierungen brauchen wir nicht. Aua! Und noch 12 Kills Charlie, noch 12 Kills und dann habe ich Slug. Da brauchst du 24 zum Schluss. Ob das Vorbau. Alter, ich kann keinen killen, weil ich vorher tot bin, ne? Ich kann wieder Sika mono um die Ecke. Wie heißt der eine? YM Suyei Sandor-Hun. Oh, ist klar. Oh, der hat schon der Mäß an. Warten wir. Oh, lol. Der stand oben. Auf dem scheiß Stein. Scheiß Stein. Scheiß Stein. Scheiß Stein. Scheiß Stein. Scheiß Stein. Ist auch wieder die Party los. Einer ist da irgendwo. Einer ist da. Einer ist da. Einer ist da drin. Einer ist da drin. Einer ist da drin. Einer ist da drin. Einsatzstil Bravo ist jetzt unter unserer Kontrolle. Ja, die andere sind da drin. Ja, Tjutschi. Ja, Tjutschi. Haben wir safe gewonnen oder? Verloren leider. Das sind die Sieger der Herzen. Das ist es. So, wie weit haben wir das geschafft? Ja, das war anstrengend. Ich fang mich schon an zu schwitzen. So, das überspringen wir jetzt mal gekonnt. Oder hast du wieder gecarried? Bist du wieder Erster? Muss ich ja immer. Egal welches Spiel. Ja, kann man mal machen. Ja. Also, es war wieder eine weitere Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin, haut rein! Tschüss!